Hallo, herzlich willkommen bei Migra Caravan in Dingesbühl. Heute gar nicht mal in Dingesbühl, sondern aus meinem eigenen Wohnmobil. Warum bin ich heute in meinem Wohnmobil? Weil ich einen Teil 2 schuldig bin und zwar Brennstoffzelle von Efeu. Wir haben ja schon länger mal darüber gesprochen und ich habe dann die Efeu hier bei mir eingebaut als Stromalternative und zwar wenn ich mit meinem Wohnmobil unterwegs bin, es ist Winter, es ist die dunkle Jahreszeit, Solarplatten liefern zwar aber nicht wirklich so toll, beziehungsweise es schneit, es ist in Schnee bedeckt, weil ich gehe auch Skifahren mit meinem Fahrzeug, dann passiert genau die Problematik, es kommt nichts von oben. Natürlich kann man das kompensieren mit Akkuspeicher. Jetzt obliegt aber jeden selber, in was investiere ich. Brennstoffzelle, eine gute Alternative, Fragezeichen, das will ich auflösen und drum bleibt einfach dran. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch entsinnen könnt, es ist ein bisschen her. Hier haben wir die Efeu 150 stehen, die habe ich hier bei mir im Wohnmobil eingebaut, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, was ich auch unten verlinke. Da könnt ihr das Ganze noch mal anschauen. Jetzt, nach einer langen Zeit, möchte ich einfach mal für mich das Resümee dieser Efeu darstellen, beziehungsweise offenlegen, was die Kosten sind, ob sich das rentiert oder nicht. Wie ihr seht, ich habe hier zwei Super B verbaut, das sind Nomias mit je 220 Amperestunden. Wobei ich gleich dazu sage, die fliegen jetzt mal raus. Ich ersetze die Akkus, die zwei werde ich dann gebraucht anbieten. Wenn da jemand Lust hat drauf, kann er mir gern mal ein Angebot machen, weil ich baue mir hier zwei neue rein. Ich teste ja immer, das heißt nach einer gewissen Zeit, baue ich immer wieder mal um, um auch wieder Tests durchzuführen mit anderen Akkus. Das ist ganz wichtig, um eben da dran zu bleiben. Und die nächsten, wo natürlich reinkommen, ja, ihr könnt dreimal raten, sind WCS Akkus und die werden wir hier platzieren. Zurück zu unserem Thema, wir die Efeu. Wir wollen das Ganze einfach mal durchleuchten. Wir wollen das Ganze mal speziell durchforsten. Was hat die Efeu eigentlich an Kosten und wie hat sie sich denn für mich in meinem Alltag, in meinem Einsatz rentiert? Die Tankparatrone liegt ungefähr bei 60 Euro, der 10 Liter Kanister. Die Brennstoffzelle selber macht roundabout 150 Amperestunden in einem Tag. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, aus der Erfahrung raus, ja, sie verliert ein bisschen an Leistung, das ist vollkommen richtig. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, wenn ich die Brennstoffzelle einsetze, natürlich abgesehen vor den Kosten, weil es auch wirklich heftig teuer ist, aber ich kriege natürlich meine, ja, ich sage jetzt mal 120, 130 Amperestunden locker raus. Und das ist schon eine Nummer, weil das roundabout meinen Tagesbedarf ohne Probleme deckt und somit ich vollständig autark bin. Im Urlaub, wenn man mal ein paar Tage weg ist, ist das alles erträglich. Wenn man natürlich im Fahrzeug lebt und den Winter überbrücken muss, wo von oben nichts kommt und ich keine Landstromsteckdose habe, dann wird es wieder richtig teuer, weil der Kanister kostet 60 Euro. Und aus eigener Erfahrung, ich habe mal in meiner Firma mal über eine Woche wirklich in meinem Wohnmobil gewohnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Woche so ein 10 Liter Kanister waren weg. Also das ohne Probleme. Also das heißt, in der Woche 60 Euro pro Woche sind 120, wären in vier Wochen 240 Euro. Dann kommen natürlich auch die Anschaffungsgebühren von den über 5000 Euro. Das ist schon echt ein teurer Strom. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, ich würde es wieder machen, weil ich natürlich diesen Strom effektiv nutzen kann. In der kurzen Zeit, wenn ich mal eine Woche unterwegs bin im Winter, habe ich immer Strom. Und das ist schon echt erholsam. Denn mir geht hier der Saft nicht aus, denn ich habe hier immer Strom. Und das ist schon eine tolle Sache. Für einen bestimmten Aufpreis haben wir hier auch noch ein Display zur Verfügung, wo man separat einbauen kann. Im Grundsatz her hat die Evo natürlich eine Bluetooth-Schnittstelle und kann mit der App gesteuert werden. Aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, nee, ich möchte hier so ein Display haben, wo man hier alle Einstellungen vornehmen kann, wo man dementsprechend alles ablesen kann. Ist überhaupt kein Problem. Kann man machen. Ihr seht hier, meine Gesamtbetriebsstunden waren schon mal 800, knapp 850, wo das Ding bei mir gelaufen ist. Aktuell habe ich eine M10-Patrone drin. Der Füllstand ist 84%. Meine Lithium-Akkus sind voll. Ist überhaupt kein Thema. Hier sieht man dementsprechend, was verbraucht wird. Kann man dann auch entsprechend den Typ ändern, wenn man eine 5-Liter-Geschichte reinmacht. Also, es ist schon eine tolle Sache. Das Display gibt es dann extra als Sonderzubehör. Dann muss man auch nicht mit der App rummachen. Tolle Geschichte. Ja, was ist mein Fazit? Dadurch, dass der Einbau relativ einfach ist, unkompliziert ist, sage ich, ich würde es wieder machen. Habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich bin begeistert von der Geschichte. Natürlich nehme ich das hier in meinem kleinen Kofferraum, denn ich habe, wie ihr seht, nicht viel Platz. Das ist nur so eine kleine Heckgarage. Da ist nicht wirklich viel Luft. Ich würde aber jederzeit diese Geschichte, die Efeu, wieder bei mir einbauen, weil es halt einfach einen in ein Stück Sicherheit wiegt, wenn man denn darauf angewiesen ist. Wenn man natürlich nicht darauf angewiesen ist, im Winter nicht viel unterwegs ist, auf keinen Fall machen, rentiert sich nicht. Wenn man drin wohnt, eine tolle Geschichte, aber kostet ein bisschen Geld. Für einen Urlaub, auch Winterurlaub, eine ganz tolle Sache, weil dann einfach der Saft nicht mehr ausgeht. Also ich bin begeistert. Nicht ganz vom Preis, aber von der Technik. Echt toll. Und ich würde es jederzeit wieder verbauen. Also, Fazit haben wir gemacht. Brennstoffzelle habe ich euch vorgestellt. Der Einbau wurde schon gezeigt. Jetzt habe ich euch meine Erfahrung mitgeteilt. Es gibt natürlich für viele Situationen ein Pro und es gibt auch für ganz viele Situationen ein Contra, ganz klar. Das ist natürlich wieder so eine Sache, wo jeder für sich entscheiden muss. Ist es für mich das Richtige? Ist es überhaupt eine Möglichkeit? Ich würde sagen, muss jeder für sich so ein bisschen rausfiltern. Gern aber bei einem Beratungsgespräch bei uns oder in einer Diskussion überhaupt kein Problem, weil viele glauben, sie brauchen es. Letztlich, wenn man ein bisschen hinterfragt, braucht man es dann doch nicht. Manche aber denken, sie brauchen es nicht und da wäre es dann doch von Nöten. Denn wenn ich im Winter das Ganze mit Lithium aufstocken will, dann ist das natürlich schon auch teuer. Also, es kostet schon auch Geld. Also, alles rundum eine tolle Geschichte. Gut, bei mir dürfen wir es jetzt nicht ganz vergleichen, weil ich habe hier, ja, mein Wohnmobil ist immer so halbes Testlabor. Darum habe ich ja auch zweimal Dynamia drin. Ich habe bei 440 Amperestunden, ich wollte da wissen, Solar, Lithium, wie kommt man da zurecht? Im Zwischenspiel, wenn man viel Strom braucht, wenn man wenig Strom braucht. Ich teste da immer rum, wenn ich unterwegs bin. Da kommt man dann schon auf viel Erkenntnis und daraus kristallisiert sich dann natürlich ganz schnell. Wie brauche ich noch mehr Speicher? Brauche ich eine Brennstoffzelle? Noch mehr Solar am Dach? Wobei das bei mir nicht mehr geht. Mein Auto ist leider zu klein. Also, ich habe schon knapp 800 Watt Peak da oben. Also, mehr Platz ist da fast nicht mehr. Da müsste ich mir was anders eifern lassen. Also, eine Solartasche zum Beispiel wäre auch noch eine Möglichkeit, die im Winter sogar auch ein bisschen was bringt, weil die Sonne ausgerichtet bei schönen Tagen natürlich die Möglichkeit hat, dementsprechend was einzufahren. Wo dann beim Dach flachliegend, wenn im Winter eh schon die Sonne flach steht, wird ganz so prickelnd ist. Also, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo man berücksichtigen, beachten muss. Ich helfe euch gern. Fragt mich, diskutiert mit mir oder ich berate euch auch gern dahingehend. Und wir machen gern Rechnungen auf, um mal festzustellen, wie viel Strom braucht ihr denn eigentlich überhaupt und macht sowas überhaupt Sinn? Nochmals, ich bin begeistert von der Brennstoffzelle. Für mich ist sie eine gute Ergänzung zu meinem Setup, was ich hier habe. Denn so bin ich immer clean, habe immer Strom. Wenn ich brauche, schalte ich das Ding einfach ein. Mein Akku wird wieder geladen und alles ist schick. Und ich habe nicht die Problematik, dass meine Heizung ausgeht oder dass irgendwas anders dunkel wird. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, genauso wie über ein Abo. Und wenn ihr ganz verrückt seid, nur die Glocke drücken, dann verpasst ihr keins von meinen Videos mehr. Wir haben nur viele Themen aufbereitet, wo immer wieder nach und nach kommen. Ich sage ganz lieben Dank. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Micha.